Ich weiß, das war eigentlich nicht geplant, aber könnte ich noch jemanden mitbringen? Eine Freundin, oder wie? So ähnlich, nur dass es ein Typ ist, aber netter. Tolle Ausrüstung für einen, der nicht weiß, wo er am Wochenende landet. Sei auf alles gefasst. Alte Pfadfinderriegel. Ein Serienmörder. Die Regenbogenpresse hat ihm schon einen treffenden Namen gegeben. Sie nennen ihn den Baumchirurgen. Er zerstückelt seine Opfer und was übrig bleibt, hängt er in die Bäume. Was, wenn du einen Serienmörder übers Wochenende zu dir einlädst? Jemand versucht, ins Haus einzubrechen. Mein Name ist Paige, ich bin Krankenschwester. Haltet ihr fest. Also, wer hat dich aufgeschliffst? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich bin durch den Wald, um den Weg abzukürzen und plötzlich hat mich etwas angesprochen. Wir wissen nichts über ihn. Über dich wissen wir auch nichts. Wer soll ich schon sein? Jack the Ripper vielleicht? Was ist das? Und die Maden kochen ihn. Der Typ erzählt doch nur Scheiße. Jetzt reicht's aber, dass wir dich nicht auf mir sitzen lassen. Lass mich rein. Mach die Tür auf. Lass ihn nicht rein. Das war 15.000 Uhr. Wei. Untertitelung des ZDF, 2020